Auf dem Weg nach Weihnachten bist du nicht allein. Liebe sind schon unterwegs, um bald ein Kind zu sein. Unter diesem buntesten Kirchturm haben alle Platz, alle Nationalitäten, alle Bekenntnisse, Glaubensrichtungen. Ich freue mich, dass viele dieser Einladung gefolgt sind, diese Nikolaus-Sendungsfeier gemeinsam zu erleben. Lass unsere Nikoläuse, die heute von Haus zu Haus gehen durch das Vorbild des heiligen Nikolaus. Frohe Boten, deiner Botschaft, seine Deine Sechalbühne. Schwestern und die Freude, ja der Herr ist wahr, ja er ist uns jetzt schon da. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! ... Vielen Dank.